Also dann, Freunde, überprüft eure Ausrüstung, checkt, ob alles an Bord ist. Hoffentlich habt ihr das Insektenspray nicht vergessen. Auf den Flussläufen des Amazonas. Wow, das ist ja unglaublich. Dieser Fluss kann ich auf tausend Arten töten. In den Wassern der Anaconda. Die Legende sagt, Shirishama-Indianer verheeren Riesenschlangen als Wächter Gottes. Schlangen? Egal, was du siehst. Diese Haut ist drei, vier Jahre alt. Was sie da gehäutet hat, ist seitdem noch gewachsen. Egal, was du hörst. Was war das? Da unten ist irgendwas. Mit Sicherheit. Nein, ich mein's ernst. Ich mein es auch ernst. Lisa, komm schon! Egal, was du tust. Oh mein Gott! Danny! Er atmet nicht mehr! Nein! Columbia Pictures lädt ein, so eine Reise in die grüne Hölle. Ja! Anaconda. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020